Hallöchen Leute! Willkommen zur sechsten Episode meines Let's Play Street Fighter 5! Ich bin Davy und ich begrüße euch ganz herzlich zurück mit er Mika! Story! Geschwister der Muskelseele! London! Ich bin ziemlich sicher, dass er irgendwo hier sein wird. Herr Zagia! Herr Zagia! Oh, so ist es du, Mika! Ich habe gehört von deinen großartigen Erwartungen. Oh nein! Auf die Erwartungen des Red Cyclone, ich habe nichts getan. Okay, als wir uns nicht gesehen haben, du mir zeigen, die neue Erwartungen, die du in Ring entwickelt hast. Du bist bereit für das? Ja! Danke für mich diese Chance! Das ist eine große Ehre! Komm mit mir wie ein Blatt! Da würde ich mal sagen, knalllos da war, fang an die Möpse zu wackeln, ne? Oh, ein schöner Dropkick! Aber das ist halt auch, denke ich mal, von der Ding her, ja, sie ist eine Wrestlerin von den Fähigkeiten her. Sehr gut! Ja, das ist halt wirklich knalllos eine Wrestlerin. So, komm! Wupp! Bam! Ein Bulldog gibt es da noch zu sehen. Und was gibt es noch? Und eine Hurricane Rana von der feinsten Art und der Dropkick ins Gesicht schickt Zagia! Auf! Total! Zurück nach Russland! Das war phänomenal! Unglaublich! Ich wollte in deinen Fußstaben folgen und arbeiten, um ein großer Wrestler zu werden, wie du! Hm! Um in den Fußstaben folgen, braucht ihr Muscle-Spirit, junger Junge! Ich weiß! Wie geht es darum, dass wir beide auf eine große Reise trainieren? Wir werden mit Fighters überall, fortsetzen, Muscle-Spirit, und zweitlich, wir erreichen uns das stärkste Muscle-Spirit! Muscle-Spirit? Muscle-Spirit! Das klingt so cool! Es wäre eine Ehre, dich auf diese Reise zu sein! Indien? Oh, nee! Warum ist sie mich folgen? Selbst wenn ich auf eine Quest bin, kann ich nicht Ihren Schulden! Na, eigentlich, weil ich auf eine Quest bin, kann ich Ihren Schulden! Du kannst nicht nur Essen essen und es nicht bezahlen! Ich habe es nicht bezahlen! Weil ich kein Geld verdient! Na, schau mal! Und schauen wir mal, ob Barretti wirklich eine Chance gegen uns hat, unsere riesen-möpsige Wrestlerin! Wenn ich eure Schulden überprüfen würde, würde ich niemals wieder auf den Master Zanki treffen! BAM! Der Dropkick sitzt mal wieder! So soll das auch sein! So, mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme! Aber irgendwie doch nicht! Nee, irgendwie nicht! Ah! Alles klar! Oh, verdammt! 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 Ich wollte es gerade hinbekommen! Ah, da war's! Wow, wow, wow! Okay! Da muss ich jetzt aufpassen! Wow! Das war doch mal ein wunderschöner Upper Cut! Und zu Schluss! Nee, sie ist auch nicht so meine Charakterin! Du verlierst! Du hast definitiv einige Bewegungen! Aber du bist keinem näher so cool wie Master Zankiw! Wieso? Weil du nicht die Kraft des Muscle-Spirits! Ich weiß nicht! Und ich weiß gar nicht, was du mit diesem Muscle gesprochen hast! Das bedeutet natürlich, dass... Ähm... Was ist Muscle-Spirits? Anyway... Let me know what you find out! See you never! Ah! Ros-Land! Muscle-Spirits! Since Master Zankiwov is seeking it, I'm positive it must be an incredible thing! And this girl Lara, she's one of Zankiwov's grapple buddies, so I'm sure she must already be bursting with Muscle-Spirits! This time, I'm going to get Muscle-Spirits here and now! Okay, sie ist sehr, sehr gewillt, um weiterzukommen! Thank you for having this match with me! Of course! Now show me the best you've got! Schauen wir mal, was sie drauf hat! So... Bam, bam, bam! Aber nicht viel, aber jetzt will ich nochmal gucken! Okay! Da wäre was! Und Punch! So... Okay! Alles klar! Eine Po-Attacke! Sehr gut! Okay! So... Bam! Der Bulldog! Und jetzt... Ach, komm schon! Ich will einmal, dass ich das hinbekomme, aber... habe ich doch nicht so hinbekommen, wie ich es wollte! Wow! You're tougher than I thought! I'm okay! Watching it all from Master Zangief's back has really taught me so much! Is that right? Mika! Keep looking at my back and learning lessons! Yes! Prepare! My iron muscle will teach you too! Come on! Everybody's so excited! The audience! And the bear! Wait! A bear?! Master Zangief! I won't let you ruin the match! This time, I'll protect you! I'm losing it! Mika! Even this close, Master Zangief's skill feels miles away. Master Zangief? I don't think that my skills are developed enough yet. Mika, you have already inherited passion and spirit from me! When you stopped there, you looked fearless! Your spirit was burning hot with patches! Burning hot spirit? That's right! The fusion of muscle and spirit! That is the muscle spirit! Only thing you need now is to continue muscle training until you are best ever! Muscle... Spirit! Since that's the case, we begin immediately! We both have become comrades in muscle spirit! Come! I know you are more than red! Now we will fight together side by side! Master Zangief! I'm going to! I promise! I'll do my very best! I'm going to travel the world and teach about muscle spirit! Now, let's build some muscle! Um, no thanks! I don't think there's anything I can learn from someone as passionately bossy as you! Bossy? Uh... But... Weren't you listening to anything I was saying just now? The words! And the passion! And the greatness of Master Zangief! No, I just thought you were shouting a lot about nothing, so I tuned out! GAH! I was trying to be nice by helping you! Why don't we step outside? Just shut up! When I win, promise me you'll leave me alone! You've got some guts! But that won't keep me from beating the hell out of you! Don't underestimate me! After this is over, all you're going to be seeing are stars! What did you say? Don't act so arrogant! You picking a fight with me? Arrogance? I've been working here longer than you have in bed! You come and actin' all bucks! Dicke! 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 Maja! 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 Now we're going to do it! Now, I'm going to do it! Now I'm going to! Sooner! We'll fight back in New York! Through firedrivers! Incredible! And the winner is the Ratchet Wrestling Dynamo of Iron Muscle! The Invincible Red Cyclone... Zangyab! Horosho! Oh, looks like it's Ramazam. So good of him to send me latest newsletter. New Muscle Generation. Land on! Mr. Zangyab! Oh, so it's you, Mika. I've been hearing of your great achievements. Oh, no. Next to the achievements of the Red Cyclone, I've done nothing. Ja, so wie vor allem bei Mika, sieht jetzt die Geschichte jetzt mit ihr jetzt hier beginnend aus. You ready for this? Yes! Thank you for giving me this chance! Ja, die Attacken von Zangyab sind... Oh, Double Lariat sind ein bisschen kompliziert, wie ihr seht mit dem Kreis. Crew Piledriver. Siberian Express mit einem Trittschel. Bosch Dynamite. So. Cyclone Lariat. Ja. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Oh. So. Machen wir mal mit dem Scoot Piledriver, der ordentlich auch sitzt. Ja, das Einzige, was auch sehr nachteilhaft ist, bezüglich der guten Zangyab, er ist sehr, sehr langsam. Ja. Sehr lang... Er ist klar... Oh, komm. Machen wir es jetzt? Ja! Und mache noch einen schönen Powerbomb draus am Schluss. Ja, er ist sehr langsam, das ist halt schon zum Kotzen. Das war phänomenal! Amazing! Ich möchte in Ihren Fortschritt und arbeiten, um ein großartiger Wrestler zu sein, wie ihr. Hm. In Fortschritt zu folgen, ihr braucht Muscle Spirit, junger Junge. Ich weiß. Ich weiß. Wie geht es, wir beide auf eine großartige Reise der Training? Wir werden mit Fighters all over den Welt, weiterentwickeln, und endlich, wir erreichen, wie Muscle Spirit. Muscle Spirit! Das klingt so cool! Es wäre ein honorer, um dich zu joinen auf diese Reise. China! Long time no see. Ihre Muscles sind gut, Komrad. Sie sind dein, mein Freund. Aber ich muss sagen, ein Training Pilgrimit scheint ein bisschen old-fashioned. Das ist dein Freund? Na! Mein Freund Leza. Er ist auch der Advisor für Muscle Spirit Fighters Club. Sag Hallo! Mein Name ist Rainbow Mika. Es ist so sehr schön zu treffen, Herr. Könnte es sein? Könnte es sein? Ist es möglich, dass du die Zonkjieff? A-Zonkjieff nie sagte, dass du dich kennst. Master. Ich habe dich auf dem Internet gesehen. So viele Reise. So viele Reise. Und deine Muscles sind großartig in person. Also, du bist interessiert in Muscles. Dann lass ich mir deine Zeit machen. Fress! Und ich werde dich schrauben. Ja, nein, das ist okay. Du musst nicht... Oh, Sankjieff ist aber ganz krall hart. Und schau mir mal. Wow! Oh! Der macht sogar den ersten wunderbaren Angriff. Der Babsack. Boah! Sehr schön! Und greif mich! Nein! Nein! Ich hab's gekackt! Verdammt! Nein! Yes! Machen wir mal den Pintedriver! Und beendet die Gart-Sektion ganz schnell jetzt. Komm jetzt! Ach! Komm! Boink! Boink! So, okay. Mal schauen. Egal. Faustschlag macht's auch gut. Okay, ich gebe auf! Deine Power ist großartig! Siehst du? Das kommt von großem Power und Gedikation des Muscles! Wird ihr mit mir auch ein Kampf mit mir? Das kann nicht sein. Du bist auch ein Wrestler? Ha ha ha! Perf! Du zwei solltest du einen tollen Kampf zusammen haben! Wait! Wir sprechen über das! Ich habe eine Nachricht von Lara. Und in es, sie sagte, »The neutral place!« »Aha! Sie sehen, dass es viele Schritte gibt. » Sie sehen, dass es viele Schritte gibt. Sie hat großen Potenzial. Ich hoffe, Mika wird lernen etwas wertvolles auf der Weg. » Das war, ich denke, » » » » » » » Ein Jahrzehnt. Jetzt ist unsere Zeit zu... Huh? Nur noch einmal! Ich muss weiter arbeiten auf meine Muscle Spirit! Nur noch einmal, bitte? Ich kann nicht! Es gibt so viel Fassion in Pro Wrestling Spirit man kann sich nicht mehr nehmen, bevor man faints von Glück. Keine Angst, Comrade! Fiery Spirit hilft alle! Es ist nicht nur für Pro Wrestling! Ah, das Spirit, du hast von deinen Ancestors will fuel your power as a fighter. Es ist der Spirit, der wird sich in Muscle verändern. Du hast den Spirit gehört? Ich glaube so. Ja! Kampft ihr in New York! Endlich! Heute gehe ich in den Hallow Ring mit dem Master Zogia! Ich... Ich kann nicht zuhören! Du bist nicht nervös, Mig! Ihr Muscle Spirit ist bereit für Ending! Und es ist Freund, wie ich meine. Also ich weiß, dass du das kannst! Danke vielmals, Master! Danke vielmals, Master! Wenn du nicht mehr so kannst, nur auf meine Trapezias Muscle ist. Es ist dein Weg, Sie. Du kannst ihn zu weitermachen. Du kannst ihn zu weitermachen. Master Zogia... Okay! Los geht's! Ja! Und damit endet auch dieser Story-Modus hier offiziell von Zangief. Ganz kurz und knackig... Kann man echt nicht sagen. Morgen geht's weiter mit Dalsim Yoga. Leidet mich! Ich bin hier mit dem Paar. Wir sehen uns mal wieder. Euer Davy. Tschüssi! Kofsky! Manns-Tut primeiro. Ich freue mich! Ich freue mich! Nichtre��uli